Hallöchen YouTube! Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Video. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Halo-Livestream an dieser Woche. Ein einzelnes Match, welches eigentlich unmöglich zu gewinnen ist. Ich möchte euch nun mal einen Eindruck geben, mit was für Matchmaking ich teilweise konfrontiert werde, aber ich in der Regel trotzdem noch Spaß haben kann. Hier war allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ich doch schon ein ganzes Stückchen Mad. Ihr werdet noch herausfinden, warum. Team Showdown ist Team Deathmatch. Da geht es jetzt eigentlich wirklich um Skill für eigene Waffen. Oh Gott, das ist so eine Ur-Alt-Map. Die ist seit Anfang des Matches, äh, Anfang des Spiels drin. Muss jetzt nicht schlecht sein, aber ja, das ist ein No-Skin, von dem ich gerade berichtet habe. Das heißt, der hat noch keinen Cash reininvestiert und sich nicht mehr die Mühe gemacht, großartig sich eine andere Farbe zu überlegen, weil ich glaube, die meisten sind sogar am Anfang blau. Oh Gott. Ja, das so ein bisschen hat so den Vibe. Und hier geht es eben darum, diese Waffen hier und Power-Ups zu beherrschen. Andernfalls bist du gefickt. So, ich habe den hoffentlich aus dem Poppen lassen. So, und jetzt... Warum machst du das mit Nades, frage ich mich gerade. Das frage ich mich wirklich. Das war ein richtig beschissener Spawn. Letzter Schuss. Ja, anscheinend wegen Drama. Keine Ahnung. Hinter der Tür campen. Smart. Liebig. Bei Nades sitzen. Schön. Dr. Pineapple. Ja, bei uns ist wieder einer rausgegangen. Das spricht schon mal dafür, dass wir wieder... ...richtig eine Chance haben. Beide mitgenommen. Warum? Weil die nichts können. Wir spielen gegen ein Force-Deck. Force-Deck. Okay. Okay. Kannst nix. Kannst nix. Kannst nix. Fuck, ihr Force-Deck, Alter. Ich pack's nicht. Entschuldigung. Batsuk. Das ist auch ein interessanter Name. Es sind vier Leute. Das ganze Team kann sich ansprechen, Alter. Das ist... Das ist Wahnsinn. Das ist legit Wahnsinn, Alter. Eigentlich nur so zusammenbleiben. Ich bleib mal mit dem... Bin mal mit dem Typen hier zusammen unterwegs. Das ist zwar ein bisschen asozial, aber es ist mir so scheißegal. Die sind ja selber asozial. Oh, das war... Äh... Filter. Schade. Ich wollte den ignorieren. Ich hab mir gehofft, dass der andere da mal drum schaut. Also... Da rum schaut. Ums Eck. Dummschauend uns immer. Das gefällt mir nicht. Hier, kleinen... Trigger. Ja, bitter, ne? Du hast nämlich eine Ausrüstung. Ein kleines... Mugelgesicht. Lacker Film. Der kann schon mal nix. Der kann legit nichts. Das willst du machen, Alter. Der eine Typ schaut da hinten seinem Bruder hinterher, wie der diese durch die Mitte rennt, wie so ein Ober-Dulli, Alter. Und kann dann halt einfach abfahren. Boah, ich flipp aus. Verpiss dich. Bitte. Da sind sie zu zweit, Alter. Vier Nades. Danke für nichts. Als ob er halt auch einfach committet und ründelhüpft. Dann kommt sein Bruder schon wieder um die Ecke. Johannes, verpiss dich. Ne, das war nichts. Das war... Ne, den Fight spielen wir gar nicht. Wenn das schon so anfängt... Wenn der jetzt noch getebackt hätte, den wäre ich ausgeflippt. Ja, du kannst nämlich nix. Du... Würden so schöne Beleidigungen einfallen. Oh, ich flipp aus. Der hält schon drauf, Alter, bevor ich rum bin, ne? Das ist schon erstaunlich. Das war immer einer, weil der andere, der war deiner. Nennt sich Bratsu, das reicht doch. Ja, das stimmt schon. Ich geh da nicht runter, Alter. Da steht sein Bruder, seine Schwester, sein Vater und seine Großmutter, Tante Anna. Also dann... Das kannst du nicht vergessen. Alter, wie schnell ist der bitte unterwegs? Auf der Autobahn? Hallo? Du bist scheiße. Das war's mir wert. Jetzt kommt Bat zugrunde. Oder auch nicht. Das tröpfelt ein bisschen. Ich muss dich ein bisschen Ruhe bewahren. Jetzt ab. Dass wir überhaupt einmal den Lead hatten, ne? Das schockiert mich gerade ein bisschen. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Boah, nö, du blöde Sackfalter. Scheiße. Scheiße. die rennen sofort rum alter diese ehrenlosen diese verdammten ehrenlosen alter obische über hier ja 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 schmeißt einfach nichts runter wo mhm gegen den fucking vorstag alter alter musste ich mir jetzt echt ein wenig rein knien hier ey und ich hatte gerade zwischendrin zeit die werbung zu verzögern ach alter ja ihr klein behinderten lelex sorry keine behinderung also behinder zu sagen ist keine ist nicht angebracht und sollte man nicht als beleidigungen oder abwerten bezeichnen aber in diesem kontext kann ich es gerade nicht besser bezeichnen weil mich grad das so über überschüttet aber mal ganz ehrlich leute das war doch asoziales fuck alter vier leute die sich komplett absprechen können und dann so eine scheiße abziehen können und dann trotzdem verkacken ich sehe schon wieder mein ranking im hintergrund das läuft wieder läuft wieder hoch ne alter ohne ende ey get wrecked alter get so wrecked tja das war das video mein gott wie haben wir das geschafft noch zu drehen oder tja schreibt mir gerne unten in die kommentare was ihr davon gehalten habt und wenn ihr mehr sehen wollt vom live stream kann ich gerne auch noch ein anderes match noch mit hochladen mal schauen vielleicht kommt noch eins ich bedanke mich fürs einschalten und wir sehen uns bald wieder tja 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 tja